Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wenn ihr einen neuen Router habt oder bei einem neuen Internetprovider seid, solltet ihr auf jeden Fall das Passwort des Routers ändern. Dadurch kann sich niemand mehr mit dem WLAN verbinden und ihr könnt ungestört surfen. In diesem Video zeige ich euch, wie ihr ganz einfach das Wi-Fi-Passwort mit eurem iPhone ändern könnt. Los geht's! Um etwas an eurem Wi-Fi-Netzwerk ändern zu können, stellt sicher, dass ihr auch auf dem iPhone mit dem passenden WLAN verbunden seid. Nach der Verbindung mit dem WLAN braucht ihr die IP-Adresse eures Routers, um auf die Website des Routers zugreifen zu können. Hierbei gibt es drei Möglichkeiten. Die erste ist, die IP-Adresse direkt aus den Wi-Fi-Anstellungen des iPhones zu entnehmen. Geht dafür einfach in die Einstellungen und dann auf Wi-Fi. Tippt dann auf das E-Symbol direkt neben eurem aktiven WLAN. Dort seht ihr die IP-Adresse für euer iPhone im Netzwerk. Die Router-Adresse, die wir jetzt brauchen, steht darunter. Kopiert diese Router-Adresse und fügt sie in einem beliebigen Browser ein, um auf die Website des Routers zu kommen. Die zweite Option ist, die Standard-IP-Adresse für euren Router entweder online oder in der Bedienungsanleitung zu suchen. Achtet darauf, den genauen Typ und das Modell eures Routers anzugeben. Oft könnt ihr die IP-Adresse auch direkt auf dem Router selbst finden. Auf der Rückseite des Geräts befinden sich normalerweise die Standard-Router-Einstellungen, einschließlich der IP-Adresse und der Anmeldedaten, mit denen ihr auf die Router-Website zugreifen könnt. Nachdem ihr die IP-Adresse habt, öffnet sie einfach in einem Browser und meldet euch mit den Standard-Anmeldedaten an. Vorausgesetzt, ihr habt diese nicht geändert. Standardmäßig sind sowohl der Benutzername als auch das Passwort Admin. Nachdem ihr euch angemeldet habt, sucht in der Navigationsleiste nach der Option Wireless bzw. WLAN und dann nach Wireless Security bzw. WLAN-Sicherheit. Die Konfigurationsseite kann allerdings je nach Router oder Repeater leicht unterschiedlich aussehen. Also erwartet nicht genau die gleiche Website wie bei mir jetzt zu sehen. In meinem Fall habe ich als erstes Safari als Browser verwendet und die Website hat nicht richtig geladen. Also, falls ihr das gleiche Problem habt, probiert einfach einen anderen Browser aus. Wenn ihr es bis hierhin geschafft habt, sollte das Formular hier erscheinen und ihr könnt das Passwort im entsprechenden Feld ändern. Vergesst nicht auf Speichern zu klicken, um eure Änderungen wirklich zu übernehmen. Und nachdem alle Änderungen gespeichert sind, meldet euch ab und verbindet euch mit eurem WLAN mit dem neuen Passwort. Falls es Verbindungsprobleme gibt, startet euren Router einfach neu und verbindet euch danach erneut mit eurem WLAN. Okay, wenn ich weiterhelfen konnte, würde ich mich über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Wenn ihr Fragen zum Video habt oder ihr euch wünscht, dass ich ein Video zu einem anderen Thema aufnehme, dann einfach in die Kommentare damit. Bis zum nächsten Mal, ciao.